Die angeschlossenen Sender Der Fluchzeug führte einige Male hinter den Panzern Und ich gab ihm das Gefühl nie gerissen Die Frage, warum er noch nicht abwerfen Er flog noch einige Male an Beschossen mit dem G Gesamt zündete das Wort abzuholen Die Bombe platzten abzuholen Und es ist ein weiteres Bild ganz grau voll Die Bombe platzten abzuholen Getrunken und kaput Die Wand verflogen und die Luft Es war ein ungeheeres Spiel Und dieses Bild haben Sie wahrscheinlich selbst in den Wochenschauen gesehen Die selbe Wirklichkeitsnähe, die wir in den Frontbildern der Fresse Und in den Wochenschauen der Lichtspielhäuser sehen Spüren wir aus in den Sondberichten unserer Zeitungen und Zeitschriften Hören Sie einen Fresseberichter, der gerade von einem Erkundungsflug zurückkommt Ja, es war ein sehr großes Erlebnis Diesen Frontflug in Wache zu dürfen Der Schaffelkapitän, der Auswehrerschaffel, erklärte sich zur Forscherei Und er hat sich in der Höchstung mitzunehmen Ausgabe dieses Fluges war Einen neuen Flugplan zu erkunden Weil die Auswehrerschaffel den vorwärtschirmenden Faktoren voll benutzen Und nun auch in vorderster Front wieder eingesetzt werden sollte Wir fahrten in einer Uhr 17 und nach wenigen Minuten schon Hatten wir uns in etwa 500 Meter füllen Wir hatten von hier oben aus einen wunderbaren Krieg auf das Land unter uns Und konnten nun schon bald sehen, wie der Krieg hier das Land gezeichnet hat Auf den Straßen sahen wir die Deutschen Nachrichtskolonnen, Munitionskolonnen, Transportkolonnen Und ihnen entgegen kam der langen Strom der banzösischen Flüchtlinge Wir greifen Zuhl an Mit dieser Forte die Mann oder Staffelkapitän Hauptmann hat die Einsatzgespräche Die zweite Kette an die Ausnahme, das vor die Stadion zu verlinken Und wir gehören zu der zweiten Kette Und so gewinnt uns nach einem Land Unser Kanzflugzeug braucht nicht viel zu Wir haben vor einigen Minuten den Rhein überflogen Wir befinden uns also nur auf einem Land und sehen das auch sofort Unter uns zerstörte Brücken und Eisenbahnen Ganz freundlich sehen wir die Zerstörung der deutschen Konten Die deutsche Konten müssen wir heute sehen Und wir sehen uns bei uns, hätten wir den Verkündeten Ganz deutlich erkunden hier die einzelnen Züge Die einzelnen Kompanien Ein ganzes Kategor Sie liegt hier auf einer Straße Links und rechts vom Betriebsach Im Augenblick hören wir den Kommandant von den Flugzeugen Er wendet sich alle Flugzeugführer Er gibt ihnen ein Kommando über das Zielkampf überbauen Ein wenig höher gehen, wie wir da Und schon werfen wir das für Hörer sind Etwa 10,5 Minuten Trennung von Kohl Der starke Partei des Messers Der war ein Knot Eintrom Der war ein Knot Vielen Dank.